Hi, ich bin Sven vom Plattenladen. Wichtiger in unserem Unternehmen als die Creamply sind unsere Kollegen und Mitarbeiter. Und auch zwei, drei Jahre, die wir jetzt im Van live unterwegs sind oder im Fahrzeughinterausbau, haben auch die Spuren bei uns hinterlassen. Das heißt, wir verkaufen nicht nur, sondern leben, was wir machen. Aus diesem Grund werden wir ab dem 9. November den Vansday einführen. Wednesday ist bei uns der Tag, an dem wir uns zu Hause um unsere Familien und Freunde kümmern, dem wir unseren Hobbys nachgehen oder einfach ein bisschen runterkommen. Im besten Fall mit dem Van unterwegs. Aus diesem Grund sind wir ab dem 9. November, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag für euch da, persönlich. Und am Mittwoch könnt ihr gerne durch unseren Shop auf www.platten-laden.com stöbern. Viele Videos findet ihr zukünftig auf YouTube, auf unseren Seiten, die euch viele Fragen erklären. Wie gesagt, ansonsten sind wir gerne persönlich oder telefonisch Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag da. Wir hoffen auf euer Verständnis. Bis bald. Und bei uns. Bis bald. Übrigif diez.